Was passiert eigentlich, wenn man in der Farmwelt ist, sich ein Skydrop holt und der alte Horst im Wennisch sich daneben stellt und einfach noch ein Skydrop anfordert? Da ist meiner, Achtung! Was ist denn das? Wo kommt denn dieser Skydrop her? Und damit, meine Freunde, ich klau dir das. Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen, zurück auf meinen Kanal, ich hab mir gedacht, troll heute mal ein paar von euch, der sieht mich halt nicht, jetzt mal, ich laufe dir mal ein bisschen hinterher, der weiß ja nicht, dass ich jetzt bin, weil ich hab ein Lava-Eimer, der guckt immer wieder zurück, der guckt immer wieder zurück, ich mach jetzt hier mal Lava hin, na, schade, der guckt nicht immer zurück, weil es wär jetzt witzig gewesen, hätte er noch mal zurückgeguckt, hätte er gesehen, da ist jetzt auf einmal Lava, ich muss aber mal gucken, ich muss mir was einfallen lassen, heute, jetzt guckt der doch wieder, guckt der da, rein, Mist, 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 ich wollte, oh Mann ey, der war zu schnell, ich wollte ihm schnell was reinlegen. Wir warten, mal. Er hat ja nicht gesehen, wo der herkommt. Wollte mal Skydrop anfordern, wenn er schon hier so schön steht. Ah, warte mal, er hat, sehr gut, das passt, das passt, pass auf. Diesmal gucken wir nicht rein, wir warten jetzt, aber der müsste eigentlich, der hätte schon längst kommen müssen. Hat er jetzt nochmal einen angefordert oder weiß er, dass noch einer kommt von mir? Tja, doch, das ist er. So, wir fordern jetzt einfach immer mehr an. Er nimmt das Zeug auch nicht raus, ne? Er ist ja eine ehrliche Haut, scheinbar, da kommt der Nächste. Oh nein, er hat sich weg, T-P. Okay, dann suchen wir uns jetzt mal einen anderen Opfer. Das Zeug sammle ich jetzt mal ein. Dann gucken wir mal, wer hier noch so alles rumschießt. So, random T-P, gut, da haben wir ein neues Opfer. Der A-T-R. Ah, nee, A-T-Ra. Der A-T-Ra, ja. Also, A-T-Ra macht, was auch immer. Ich weiß halt nicht, was A-T-Ra gerade bei uns macht, aber... Sehr schön, A-T-Ra mal gerade eine Sekunde nicht am Rechner. Die hat der Haltehorst ausgenutzt. A-T-Ra, sorry. A-T-Ra will sich befreien. Ich wollte dich nicht umbringen. Wirklich, nur ein bisschen. Ganz eigenartig, was hier passiert. Der A-T-Ra, wer ist denn das? Die ist maximal verwirrt, das ist sehr gut. Leider Gott, das ist zu früh gesehen. A-T-Ra, ich hoffe, du hast deine Beacon-Rüstung an. Ich finde es super, also irgendwie kommt auch keiner in dem Chat auf die Idee zu fragen, ob ich das war. Bis jetzt, das ist sehr gut. Also, wir machen jetzt mal... Machen... A-T-Ra ist ja immer noch maximal verwirrt. Das macht nichts. Pass auf. A-T-Ra, was ist hier los? A-T-Ra, was geht hier ab? Erzähl mal. A-T-Ra hat die Schnauze voll. A-T-Ra hat gesagt, leck mich schon. A-T-Ra, ich mach den Scheiß, ich mach den Scheiß, ich mach den Scheiß, ich mach den Witz. Guck mal, ob wir die Zombies, kleine Zombie-Armee-Horden. Ich weiß, wenn du nochmal die andere Rechnung kriegst. A-T-Ra, was geht hier ab? Du wirst gerade von Zombies überrannt. A-T-Ra, lauf! Lauf, A-T-Ra! Lauf! Gut, wie sie rennt. Aber wie, Freilina Sonnenschein. Die tut mir ein bisschen leid. A-T-Ra denkt sich jetzt, was zum Bums? Was ist denn hier los? Das kann alles gar nicht wahr sein. A-T-Ra rennt und rennt. Ich frag mich, wie lange stecken wir A-T-Ra hier durchziehen kann. Okay, pass auf, A-T-Ra. Weißt du, was richtig lustig wäre? Wir wollen die A-T-Ra mal maximal verwirren. Das geht aber erst, wenn sie stehen bleibt. Lauf, A-T-Ra, lauf! Der Gast verfolgt, Tisch. Die denkt sich jetzt auf, was ist das hier? Was ist das eigentlich schon Kack-Server? Ach, ich will hier nicht mehr spielen. Ich will weg. Ich will nach Hause. Keiner mag mich. Ich weiß Zombies. A-T-Ra hat die Schnauze voll. Die prügelt schon voll drauf. Tut mir leid, A-T-Ra. Du, A-T-Ra? Oh, die hat gar nicht so viel dabei. Jetzt hat sie auf ihm. Du, wo ist die Picke hin? Wo sind deine Picke jetzt hin? Sag mal. Hast du doch die ganze Zeit schon in der Hand gehabt. Ich weiß nicht, was du meinst, A-T-Ra. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Pass auf, du kriegst jetzt mal von mir als Ausgleich ein paar Dias. Komm. Bitte schön. Für den ganzen Schrecken hast du ein paar Dias verdient. Ich wünsche viel Spaß mit den Dias, A-T-Ra. A-T-Ra ist einfach maximal verwirren. Ich bin mal aus dem Wennig gegangen. So, ich glaube, A-T-Ra weiß jetzt, was los war. Wir suchen uns noch ein Opfer. Und gucken wir mal, was hier abgeht. Aha. Hier ist eine illegale Schabfarbe. Das Ding, ich wusste gar nicht mehr, dass man die noch vermehren kann. Also eigentlich kann man die doch gar nicht viel mehr vermehren. TNT-Flo. TNT-Flo. Es wird Zeit, dass ich dich jetzt trolle. Huch. Da war jemand an der Kiste, ne? A-T-Ra verrät mich. Ich bin jetzt leider verantwortlich für ein großes Massensterben. Ach so, der hat hier einmal... Ah, es ist ein Dorf, ein ehemaliges. Da hat er sich eingezäunt. Und die Frage aller Fragen ist, was wäre, wenn jetzt hier dein Dorf auf einmal von Zombies angegriffen wird? Also ich meine, kann ja passieren, ne? So eine kleine Zombie-Apokalypse. Scheinbar hat er auch die Sounds aus. Der weiß nämlich noch gar nichts von seinem Glück. Da! Kriegst du aufs Maul den T-Flo! Lauf! Lauf! Der denkt sich jetzt, ach du Scheiße, wo kommt die denn her? Was ist denn hier los? Es ist ja nicht so, dass ich gemein bin. Oder fies. Oder fies und gemein. Aber ich bin ein richtiges Arsch. Noch ein bisschen. So, das Schwert ist jetzt auch weg. Ja, was machen wir denn jetzt so ohne Schwert? Einen Bogen hast du noch, ne? Das ist gut. Pass auf, wenn du noch einen Bogen hast, kannst du noch gegen Gas kämpfen. Lauf! Lauf! Ja, oh, fast. Was hat er denn erwischt? Uh, knapp daneben. Ui, aber mit dem Bogen, das üben wir nochmal, ne? Eieieiei. Tja, aber erwischt ihr den nicht? Alter, das gibt's ja gar nicht. Du hast dich mit dem Bogen nicht so. Lieber Flash. Flo, meine ich. Zurück zum Absender. Irgendwie ist das jetzt blöd. Irgendwie ist das so. Oh, ein bisschen Gas. Der haut ja ab, ey. Aber der haut ja richtig weit ab. Oh, 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 der war knapp. Der war knapp. Flo, auf geht's. Ich helfe dir mal ein bisschen, komm. Ich verprügle ihn jetzt mit meiner Holzachse. Ach, Flo. Bisschen blöd gelaufen heute, ne? Ja, wollte ganz einfach nur Wolle fahren. Todesmutig stellt er sich den Zombie. Hinter dir ist noch einer, Flo. Guck mal, er macht schon, nein. Ich war ja. Super. Das funktioniert ganz toll hier. Der Flo ist begeistert. Der Flo denkt sich auch, du blöde Sau. Weil er seinen Schalker da mitgenommen, komm. Oh, lieber Flo, guck nicht so traurig. Von mir kriegst du auch. Warte, komm, was kriegst du denn von mir? Guck mal, du kriegst ein Diablock. Guck. Einen ganzen Block. Guck dir das an. Der liegt vor dir. Meine Freunde. So kann das gehen, ne? So einfach. Also, ich würde sagen, heute haben wir erfolgreich getrollt. Wenn ihr auch mal von mir getrollt werden wollt, müsst ihr halt einfach nur bei uns spielen. Das ist relativ einfach. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.